Hier präsentieren wir 5 beste Hufschuhe-Test. Lass uns anfangen! Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Liste zu Start Nummer 5. Busse Hufüberzug Sarfertis Pro, wie der Name schon sagt, sollte dieses Schuhwerk viel mehr Sicherheit bringen. Auf der Unterseite befindet sich ein rutschfestes Profil, das auf schneebedeckten oder sogar eisigen Strecken viel mehr Halt macht, was auch bei unserem Hufschuh-Test sehr gut funktioniert hat. Darüber hinaus kann das Design ohne großen Aufwand angebracht werden. Alles, was Sie tun müssen, ist das Ross hinein zu schlüpfen und auch Sie beschäftigen sich mit dem Schuh mit dem Velcro. Übrigens, der Artikel eignet sich für Barhuf zusammen mit vernebelnden Lauf laufenden Haustieren. Nummer 4. William Hunter Equestrian Horsecrox. Wenn Pflaster direkt mit den Unguis verbunden sind, entfernen sie sich schnell und können zusätzlich bequem beschädigt werden. Das ist beim Horsecrox nicht der Fall. Diese Hufstiefel werden direkt über und damit abgetragen. Sie sind auch so robust gemacht, dass sie mehrmals verwendet werden können. In unserem Unguis-Schuh-Vergleich funktionierte die Befestigung gezielt schnell und auch in wenigen Minuten. Das Design blieb trotz starker Nutzung auch zuverlässig auf dem Huf, ohne unfreiwillig zu klettern. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Halbzeit unserer Liste Nummer 3. Amca Horsecrox-Guard-Hufschuh-Krankenschuh für das Pferd. Mit unserem Hufschuhführer haben wir vor allem das für diesen Artikel verwendete Material entdeckt. So wurde es aus PVC gebaut, das eine risikofreie Aktion gewährleistet und einfach zu verbinden ist, da es die Hufe umarmt und mit Velcro befestigt werden kann. Hufschuhe Il-Schuh schirmt die Unwohl-Unguis. Die verstellbare Velcro-Verschluss ermöglicht leichtes Rutschen auf. Die Unguis-Schuhe sind nicht geeignet, um das Pferd zu verlegen. Nummer 2. Die Garmaschen werden verwendet, um sich von Carving zu halten oder in Form Probleme mit dem Carvalho-Sportaktivität-Boot zu reparieren. In der letzten, Sie setzen sie über die Unwohl-Unguis-Stiefel, die zusätzliche Sicherheit gibt. Es war extrem einfach, das Modell an unserem Hufschuhführer anzubringen. Dazu muss nur der Velcro-Befestigungselement befestigt werden. Das verwendete Produkt ist sehr ausgezeichnete Qualität aufgrund der Tatsache, dass Neopren verwendet wurde. Dies sorgt für eine hohe Zähigkeit und eine lange Belastbarkeit der Garmaschen. Und die Nummer 1 unserer Liste. Carvalho-Barfuß-Schuh für Pferde. Diese Version ist von besonders ausgezeichneter Qualität. Dank seiner ausgezeichneten Bilanz liefert es einen sicheren Stand und dank seiner stetigen Konstruktion, hält die Beine des Stets und macht es auch einfacher für die Füße abrollen. Das verwendete Produkt ist Nylon, das besonders einfach zu betreuen und langlebig ist. Es war zusätzlich in unserem Unwohl-Unguis-Schuh-Kontrast, dass dieses Produkt extrem sehr einfach zu montieren ist. Hier präsentieren wir 5 beste Hufschuhe-Tests. Lass uns anfangen!